So, jetzt kommen noch ein paar hilfreiche Sätze und zwar seien A, B, C, D, Element Z und M, Element N mit, so, ich gehe jetzt mal davon aus, dass A Konkurrent ist zu B Modulo M und C Konkurrent zu D Modulo M. Ich habe also vier Zahlen. A ist Konkurrent zu B Modulo M und C zu D Modulo M, aber es ist nicht zwangsläufig A zu C Konkurrent oder so. Ja, sondern bei den beiden Zahlen kommt derselbe Rest raus und bei denen kommt derselbe Rest raus, wenn durch M Teile die Reste können, aber bei beiden unterschiedlich sein. Was gilt dann? Erstens, dann ist auch A plus C Konkurrent zu B plus D Modulo M. Außerdem gilt zweitens, A minus C ist Konkurrent zu B minus D Modulo M. Und drittens, A mal C ist Konkurrent zu B mal D Modulo M. Sie können also, wenn Sie zwei solche Konkurrenzen haben, die kombinieren, indem Sie beide addieren, beide subtrahieren voneinander oder multiplizieren. Jetzt werden die eingefleischten Arithmetiker und die Ihnen fragen, da fehlt aber noch die Division. Warum fehlt da die Division? Ganz einfach, weil es nicht gilt. Zumindest nicht immer. Die Division ist hier eine Ausnahme und bei dieser Ausnahme, die gilt nicht, die kann man jetzt hier nicht so hinschreiben, da gilt nur in speziellen Fällen eine ähnliche Aussage. Und bei der möchte ich, dass Sie die mal sich selbstständig erarbeiten im Buch. Das steht im Buch. Also im Buch sind die Beweise hier zu diesen drei Fällen und dann wird auch gezeigt, warum es bei der Division nicht so einfach ist und gezeigt, was bei der Division gilt. Das lesen Sie sich mal durch. So, das schaffen Sie allein. Wir zeigen jetzt aber mal hier diese drei Aussagen. Also, wir wollen zeigen, dass A plus C Konkurrent ist zu B plus D Modulo M. Wie können wir anfangen? Wir wissen, das gilt und wir wollen das zeigen. Wie? Fangen wir an. Ja? Ach so, ich weiß jetzt, Sie sind unser Definitionsmann. Sie gehen über die Definition, immer, das ist Ihr Lieblingsdefinition zu gehen. Ihre Strategie wäre zu sagen, A mod M gleich B mod M und C mod M gleich D mod M. Und dann ist auch A mod M plus C mod M gleich B mod M plus D mod M. Das ist eine gute Strategie. Nur dann, wenn Sie ein Problem haben, A mod M plus C mod M gleich B mod M plus D mod M umzuformen, mit A plus C ist Konkurrenz zu B plus D mod M, weil Sie zu viele Mods da drin haben. Die Strategie ist gut, aber Sie werden Probleme kriegen. Also, über diese Definition zu gehen, hilft Ihnen nur bedingt weiter. Was könnten wir stattdessen nehmen? Na, was könnten wir stattdessen nehmen? Ja? Ja, dass wir oben haben M, weil A muss B und M bei C. Also, M teilt A minus B und M teilt C minus D. Okay. Was geht dann? Das können wir dann weitermachen. Ja? Genau, dann können wir das Ganze auch addieren. M teilt A minus B plus C minus D. Wie geht's weiter? Ja? Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, mehrfach anwenden und so. Wo wollen Sie denn hin? Zu A plus C und B und D zusammenfassen. Sie wollen zu A plus C und B und D wollen Sie zusammenfassen. Genau. Warum wollen Sie zusammenfassen? Weil es ja in der ersten Zeit werden sollte. Ja. Sie gehen also jetzt gerade rückwärts. Sie schauen sich an, wo will ich denn hin, um an dieser Stelle eine Strategie zu entwickeln, wie Sie weitermachen wollen. Das ist keine dumme Idee bei Beweisen, immer mal auch von hinten loszugehen. Das heißt, wir wollen, ich schreibe das mal hin, wir wollen ja zu dem hier. Und das hier bedeutet, M teilt A plus C minus B plus D. Da wollen wir hin, weil das hier ist äquivalent zu dem. A plus C minus B plus D. Und wie kommen wir jetzt von da nach da? Sagen Sie, Sie rechnen rum. Sie stellen um mit Kommutativgesetz und so. Hier steht A minus B plus C minus D. Daraus folgt M teilt A plus C minus B minus D. Wenn man mal das Ganze umgestellt hat. Und das ist der nächste Schritt. Sie kommen an der Stelle eigentlich nur weiter, wenn Sie sich überlegen, wo Sie hinwollen. Und dann ist es nicht dumm, es mal hinzuschreiben, wo Sie hinwollen. Und dann versuchen, von da nach da zu kommen. Das heißt, Sie denken bei Beweisen natürlich auch immer vom Ziel aus. Denken, wo will ich hin? Sie denken aber auch von dem aus, was gilt. Also von den Voraussetzungen her. Sie können die Voraussetzungen mal umformen, aber gleichzeitig überlegen, wo will ich hin? Und dann nähern Sie sich gedanklich zumindest von beiden Seiten an. Das ist eine typische Beweisstrategie, dass man nicht nur vorwärts arbeitet, sondern auch rückwärts arbeitet. Zumindest gedanklich, es schadet aber auch nichts, es einfach mal hinzuschreiben. Okay, das ist jetzt der Beweis zu zweitens gewesen, der Beweis zu zweitens, den machen Sie alleine. Der ist analog zu erstens. Das ist in Klammern gedacht hier. Das gehört zusammen. Also Sie müssen sich das, wenn ich so hinschreibe, so denken. Okay, ich dachte mal, da müssen wir vielleicht bei V noch ein Mod M hinzufügen. Nee. Wenn es in die Klammer dann ist, dann ist es klar. Dieses Mod M, wenn ich so hinschreibe, ist nicht gleich diesem Operator, sondern das hier bedeutet nur, dass das hier Konkurrent ist zu dem und ich muss halt sagen, Modulo welchem M. So, genau. Okay, zweitens, zeigen Sie mal analog zuerst selbst. Jetzt zeigen wir noch drittens. Wir wollen zeigen, dass A mal C Konkurrent ist zu B mal D Modulo M. Womit beginnen wir? Jetzt versuchen Sie mal das, was wir eben gerade festgestellt haben, auf diesen Beweis anzuwenden. Mal von vorne und von hinten und so. Wo starten wir? Na. Die Voraussetzung ist das hier und wir wollen drittens zeigen. Also die Voraussetzung ist das hier. Wie könnten wir das mal umformen? Wow. Genau wie da natürlich. Also ist ja die gleiche Voraussetzung. Wir können das mal hinschreiben. M teilt A minus B und M teilt C minus D. Das ist doch die selbe Voraussetzung. Das hier. Das ist vorausgesetzt und wir wollen mal zeigen, dass das da gilt. So. Wie können wir weitermachen? Ja? Ja. Dann machen wir das weiter auf. M teilt A minus B plus C minus D und dann würde ich das auflösen. Also was man nicht mehr angestellt ist, das ist keiner Ding vom Zweckschreiben und wir dann eben das in diese... Also Sie würden es jetzt wieder addieren erstmal, ne? Ja. M teilt A minus B plus C minus D und dann? Und dann ist A auflösen. Ja, wie? A mal Q ist oder A. Okay. Dann könnte man das M mal Q ist gleich das da anwenden und dann? Da haben wir schon mal das Multiplikationszeichen drin. Sehr gut. Was Sie sehen, das ist jetzt... Das kann man alles machen. Das sind alles algebraisch korrekte Umformungen, auch auslangenologisch korrekte Umformungen, aber nicht zielführend. Wenn wir zielführend arbeiten wollen, also ich sehe jetzt natürlich, dass es nicht zielführend ist, aber Sie vielleicht noch nicht an der Stelle. Wenn wir ein bisschen zielführender arbeiten wollen, wie könnte man jetzt vorgehen an der Stelle, wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll?